Hey du! Ich meine genau dich! Trau dich! Hab den Mut zu deiner Innovation, die in dir ist, mit deiner Persönlichkeit, mit deiner Motivation und Begeisterung. Du kannst die Welt verändern, du kannst Spuren hinterlassen, du kannst Wunder vollbringen. Und weißt du was? Ich helfe dir dabei. Jemand anders hat es auch schon mal geschafft, die Glühbirne zu erfinden zum Beispiel. Thomas Alpha Edison hat 10.000 Versuche gebraucht, damit er dieses Ergebnis herausbekommen hat. 10.000 Versuche. Und er hat weitergemacht. Er hat gekämpft. Er hatte den Mut. Er hatte die Begeisterung und wusste, dass es funktionierte. Du schaffst das auch. Und zwar genau dabei helfe ich dir in meinen Workshops. Und zwar mit Motivation, mit voller Begeisterung und Workshops, die es auch in sich haben. Mal auch die Komfortzone zu verlassen und gemeinsam in der Gemeinschaft dazustehen und zu sagen, alle gemeinsam, ich schaffe das, ich bin ein Sieger. Ja, und dazu lade ich dich herzlich ein. Schau einfach mal auf meinen sozialen Medien, überall Nina Graber eingeben. Da poste ich immer, wann und wo ich bin. Und ich freue mich auf dich. Dich dabei zu sehen, zu rocken und das Beste aus dir zu machen. Und jetzt zu starten. Dich dabei zu sehen, wo ich bin. Dich dabei zu sehen, wo ich bin. Dich dabei zu sehen, wo ich bin. Vielen Dank.